Um die Nummer, die hier ist, geht es heute. Mach sie sofort auf. Die Nummer 11. Wo ist sie? Wo ist das aufmachen Ding? Moin, moin. Es ist nicht wahr. Ich hab's aber bewusst. Das ist das zweite Paar. Von dem, was ich mir schon gedacht hab. Ist der Gummi zum Festigen. Ja. Es ist das zweite zu dem, was ich schon habe. Das zeige ich jetzt aber nicht. Das müsstet ihr wissen. Es ist das zweite Paar Schnürsenkeln. Ja, warum eigentlich? Warum packt man das in den Adventskalender? Ich meine, die schönen Formen von ohne Zahn ist schön. Und wie das hier so schön in die Farben verläuft. Bis es dunkler oder heller wird. Wie man es nennen will. Es sieht ja wunderschön aus. Aber warum packt man das in einen Adventskalender rein? Ich meine, ich weiß nicht. Kannst du bitte einmal leise sein, wenn ich meine Videos drehen kann? Dankeschön. Das war schon wieder mein Hund. Okay. Ich verstehe nicht, warum man das in einen Adventskalender packt. Warum man das in einen Adventskalender packt. Ich weiß nicht, welches Kind sich drüber freut, das in dem Kalender zu haben. Aber naja, ich meine, die Farbe ist klasse. Wie das halt von hell oder von dunkel in die helleren oder dunkleren Farben verläuft, wie man es nehmen will, ist ja wunderschön. Gefällt mir auch ein bisschen. Aber das hätte ja... Jetzt klingelt auch noch das Telefon. Ich werde verrückt. Mein Hund bellt, das Telefon. Was denn noch? Okay. Also ich finde das richtig schön. Achso, ich mache die jetzt wieder zusammen, weil die sonst hier überall rumzappeln und so sind die halt besser. Aber ja, ich verstehe nicht, warum man sowas in einen Adventskalender packt. Aber er ist ja gut. Ich habe diesen Adventskalender nicht gemacht. Ich finde ihn... Aber ansonsten finde ich ihn super schön. Kein Thema. Aber ja, Schnürsenkel hätten dann echt nicht sein müssen. Ja, auf jeden Fall war es das wieder. Hier die Schnürsenkel. Der Kalender ist toll. Immer noch. Box werde ich am 24. zusammenbasteln. Habe ich alles schon gesagt. Aber für die, die neu dabei sind, schaltet auf jeden Fall die letzten Videos ein. Tschüss. Und jetzt. Und jetzt.